Ich befinde mich komplett alleine auf diesem One-Block und werde vom Witherstorm angegriffen. Und wir müssen uns mit der sichersten One-Block-Base vor ihm retten. Doch als der Witherstorm mich plötzlich angreifen möchte, passiert das. Freunde, das ist mein erstes Mal auf so einem One-Block und schaut mal, ich werde direkt vom Witherstorm angegriffen. Moment mal, ich glaube Freunde, wir müssen uns irgendwie verteidigen, kommt schon. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt erstmal hier so eine Base und dafür müssen wir diesen One-Block hier abbauen. Kommt schon, Freunde, guckt euch das mal an da hinten. Das ist doch nicht normal, komm. So, erstmal den ersten Block, super. Okay, jetzt haben wir schon mal so eine kleine Möglichkeit, uns hier so eine Base abzubauen, Freunde. So, und vor allem ist das die Party-Edition vom One-Block, das heißt, es kommt immer was anderes. Und wenn wir uns nicht schleunigst beeilen, kommt auch bald dieser Witherstorm hier, Freunde. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Nein, den Block habe ich jetzt hier auch nicht bekommen. So, jetzt wieder, Freunde. Und ach, du grüne Neune. Ich muss sagen, ich habe echt richtig Angst vor ihm. Kommt schon, verschwinde erstmal so. Okay, Freunde, nein, den Block habe ich wieder nicht bekommen. So, okay, wir haben jetzt schon mal so eine ganz, ganz kleine Insel, Freunde. Oh, man, und ich habe das Gefühl, der kommt immer näher. Komm schon, jetzt geh erstmal weg. Freunde, der muss doch weggehen, sonst haben wir erstmal keine Chance. Nein, 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 nein. Okay, aber wir kriegen das hin. Mit deiner Hilfe baue ich die sicherste One-Block-Base, die man sich in Minecraft nur bauen kann. Und dafür musst du unbedingt dranbleiben. Und ey, Freunde, ich würde sagen, wir schubsen ihn jetzt erstmal weg. Verschwinde vorerst. So, Freunde, ihr seht, der Witherstorm ist erstmal weg. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit, um uns jetzt auf unsere sichere Base zu konzentrieren. Und dafür würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal so dieses kleine Grundgerüst. Und, oh, ich habe ihn doch irgendwie wieder gehört, Freunde. Okay, ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal hier ein bisschen was ab, ein bisschen vom Block. Und baue jetzt erstmal die Grundlage für unsere Base, Freunde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, schaut mal. Wir haben unsere Base jetzt schon mal ein bisschen erweitert. Und ich habe auch gerade so einen Eichensetzling bekommen. Das heißt, den platzieren wir jetzt erstmal hier. Und kommt schon, wir brauchen noch mehr Blöcke. So, jetzt haben wir auch endlich wieder ein bisschen Holz. Wo wir uns unsere ersten Sachen machen können. Ich würde sagen, Freunde, wir craften uns jetzt erstmal hier so eine Werkbank. So, Freunde, dann haben wir hier schon mal so eine kleine Base. Aber ich weiß ja nicht, Freunde. Wenn ich die sicherste Base bauen möchte, dann reicht das ja nicht. Dann brauche ich so coole Sachen wie einen Laser, wie einen Lavasee oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich habe da eine Idee, Freunde, wie ich den bekommen könnte. Und zwar, wenn ihr alle das Video jetzt liked in drei Sekunden, dann wird hier eine Kiste erscheinen, wo richtig cooles Material drin ist, um uns die sicherste Base auf einem One-Block zu bauen. Und ich würde sagen, wenn du das machst, würdest du mich richtig freuen. Und es würde uns auch helfen. Also, wir schauen mal, ob es funktioniert. Like das Video in drei Sekunden. Drei, zwei, eins. Jetzt. Boah, Freunde, schaut mal. Es hat einfach geklappt. Hier ist jetzt so eine Kiste gespawnt. Wie cool. Und wartet mal, Freunde. Der Ritterstorm ist wieder da unten. Und der ist ein wenig, ein bisschen kleiner. Okay. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis er uns angreift, Freunde. Aber wir müssen den genau im Blick behalten. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in diese Kiste rein, ob dort Sachen drin sind, die uns helfen können. So. Und wow, Freunde. Wir haben hier Quarz. Wir haben hier Obsidian. Wir haben richtig cooles Werkzeug. Und ich würde sagen, so können wir uns auf jeden Fall eine sichere Base vor diesem Monster bauen, Freunde. Ach, so grüne Neune. Der sieht so krass gefährlich aus. Naja, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir brauchen ganz schön viel Obsidian, Freunde. Und zwar würde ich sagen, machen wir den Obsidian einmal so außenrum, dass wir so unsere Plattform haben. Und immer, was wichtig ist, Freunde, wir haben einfach nur einen Block gehabt. Und wenn ich hier runterfalle, dann werde ich sterben. Also, wir müssen unbedingt richtig, richtig vorsichtig sein, Freunde. Denn sonst haben wir ein riesen, riesen Problem. So. Okay. Also, wir machen jetzt erstmal weiter. Und dieser Setzling, der wächst auch noch nicht. So. Okay. Moment mal. Vielleicht gibt es auch hier nochmal ein paar coole Sachen raus. Und okay, da unten ist noch der Witherstorm. Also, den müssen wir eben beim Blick haben. So. Nee. Hier kommt wieder nur Erde raus. Naja. Okay. Nee. Das bringt uns bislang nicht so viel weiter. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir erstmal diese Base hier sichern von außen mit Obsidian, Freunde. Denn wie gesagt, der Witherstorm ist die stärkste Kreatur in Minecraft. Und da muss man sich so krass schützen, wie es eben nur geht. So. Und das Grundgerüst ist jetzt schon mal so einigermaßen aufgestellt. Das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal hier hoch und machen jetzt eine Schutzwand. Und das war jetzt ein bisschen ungünstig. Machen wir. Wir sind jetzt schon eins oben. Eins, zwei. Machen wir drei, vier, fünf, sechs, sieben, Freunde. Ich glaube, ja, das sollte hoch genug sein. Okay. Und das Gleiche machen wir jetzt hier drüben auch nochmal. So. Und wenn ich diese beiden Pfeiler gesetzt habe, würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich nach einem kurzen Cut. Aber dann mache ich erstmal ohne euch weiter, dass ihr euch nicht langweilt hier. So. Aber das ist ein bisschen schwieriger, als es aussieht, Freunde. So. Moment. Weil mit Obsidian zu arbeiten, ist ja immer ohnehin schwierig. Wenn man nämlich einen Fehler baut, dann ist alles kaputt. So. Okay. Ich glaube, das ist schon mal gut. Und, boah, Freunde. Ich habe wirklich echt schon gegen viele Mutanten gekämpft, Freunde. Aber gegen diesen Witherstorm, da habe ich richtig Angst. Wie noch lang nicht, Freunde? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde. Schaut mal. Wir haben jetzt schon fast alles eingekesselt. Und habe ich noch ein bisschen Obsidian? Nee, ich glaube nicht. Ich muss auch mal kurz was essen. So. Da oben ist noch Obsidian drin. Oh, lecker, Freunde. Lecker Brot. Und dort hinten befindet sich noch der Witherstorm. Okay. Ich habe nämlich noch was Cooles überlegt. Das habe ich schon eingebaut. Und zwar, seht ihr es, habe ich hier so Barriereblöcke hingesetzt. Das heißt, wir können jetzt hier richtig cool Lava hinsetzen. Und dann werdet ihr gleich sehen, wie das aussieht. Dann haben wir einfach so eine coole Lava Base in der Luft. Und dafür nehmen wir uns jetzt erstmal diese coolen Lava Eimer hier raus. Und jetzt schaut mal, wo ist der Witherstorm? Oh, okay. Freunde. Er ist noch da unten. Er hat sich jetzt noch nicht weiter verwandelt. Okay. Gut zu wissen. Und zwar machen wir jetzt das hier, Freunde. Wir platzieren jetzt hier die Lava. Und ihr seht, die fließt natürlich jetzt hier weiter und weiter. Und wie cool sieht das bitte aus? Aufgrund der Barriereblöcke kann die nicht runterrutschen. Und deswegen haben wir jetzt hier so einen Lavagraben. Boah. Ich habe mir richtig, richtig Mühe gegeben, Freunde. Und Waffen. Haben wir eigentlich Waffen? Nee. Da kümmern wir uns wieder später drum, Freunde. Das wird später erledigt. So. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir hier weiter mit der Lava arbeiten. Und diesen kompletten Graben eben einmal voll machen. Und das würde ich sagen, ja, doch. Da fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5. Mal gucken, ob wir hier noch neue Lava bekommen. Wir bauen mal wieder ein bisschen bei unserem One-Block ab. Kommt schon. Wir brauchen einen Lava-Block, dass wir hier Lava mitnehmen können. Kommt schon. Kommt schon. Ah, Freunde. Irgendwie, naja. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich hier den ganzen Raben, beziehungsweise diesen ganzen Graben voll mit Lava gemacht habe, dann wird das so cool aussehen. Ich bin gespannt. So, Freunde. Jetzt fehlt noch der letzte Lava-Eimer. Und guckt es euch an. Wie cool sieht diese Base jetzt schon aus? Und, Freunde. Nein, 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 nein. Was kommt denn hier auf uns zu? Ist das die erste Attacke vom Witherstorm? Kommt schon. Flieg weg. Freunde. Was ist das denn? Ich glaube, er hat seine ersten Sachen geschossen, um uns zu attackieren. Und das ist einfach so ein Wither-Kopf, der gerade durch die Minecraft-Welt fliegt. Na ja, ich zeige euch jetzt erst mal ganz kurz, wie die Base hier von außen aussieht. So einigermaßen. Denn ich baue mal hier so eine Alibi-mäßige Treppe hoch. So, dass ihr das zumindest mal ganz kurz sehen könnt. Nein. Sinti, du bist aber auch ein Tollpatsch. So, schaut es euch an, Freunde. Also, wenn wir jetzt hier hochgehen, guckt mal, wie krass sieht diese Base eigentlich aus. Mit diesem Lavagraben hier unten. Ach, so grüne Neune. Ich würde sagen, als nächstes bauen wir hier so eine kleine Erhöhung hin, wie so eine Schutzmauer. Guckt es euch mal an. Und zwar mit weißem Quarz. So, und das bauen wir einfach nur so einen Block entlang. Und, Freunde, danach kommen noch die Laser und so weiter. Aber wie krass ist das eigentlich, was wir hier alles aus einem One-Block rausbekommen haben, Freunde? Ihr wisst noch, am Anfang vom Video war das wirklich nur dieser kleine Block hier. Und das hat sich jetzt schon so krass weiterentwickelt. Aber wir wissen ja auch alle, ohne diese Base werden wir das nicht überleben. Denn der Witherstorm, sonst holt er uns. Kommt schon, Freunde. Und, äh, so, ich würde sagen, die erste Base haben wir jetzt fast gleich abgetötet hier. So, einmal hier weiter. Und 5, 4, 3, 2, 1. Ach, okay, die Seite müssen wir auch noch kurz zubauen. So, okay, Freunde. Ich würde sagen, das sieht doch alles schon mal alles in allem richtig, richtig cool aus. So, die Brücke lassen wir noch da, beziehungsweise diese Treppe. Und ich glaube, Freunde, jetzt kommt der Part, wo wir uns erstmal richtig, richtig coole Spikes obendrauf machen müssen. Dafür schauen wir einfach mal in unserer Kiste. Und dort sind Spikes, Freunde. Einfach drei Stecks voll. Wie cool ist das denn? Aber, okay, Witherstorm ist noch da unten, Freunde. Er hat sich bislang auch noch nicht weiterentwickelt. Er bleibt bei dieser Mini-Variante. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, um uns dagegen zu schützen. Deswegen bauen wir jetzt erstmal hier diese ganzen Spikes hin, Freunde. Boah, diese Base wird so cool, Freunde. Das wird echt, glaube ich, mit der krasseste Kampf, den wir jemals hatten in unserer Geschichte gegen irgendwelche Mutanten. Denn der Witherstorm, ich glaube, ich habe gegen den noch nie gekämpft. Und dann erst recht nicht mitten im Nichts, Freunde, im Loch. So, okay, ich würde sagen, den machen wir auch noch drauf. Das sieht schon mal richtig, richtig cool und gefährlich aus, diese Base, Freunde. Okay, da hinten ist er. Und als nächstes würde ich sagen, müssen wir uns um die Laser kümmern, Freunde. Und zwar gehen wir an die Kiste und platzieren jetzt hier so die ersten Laser. Kommt schon. Das sieht richtig cool aus, Freunde. Und da sehen wir uns gleich wieder. Denn ich platziere jetzt erstmal alle Laser hier auf dieser Map. So, guck mal, hier können wir ja nochmal einen hin platzieren. Hier nochmal einen, hier nochmal einen. Ja, da haben wir auf jeden Fall einiges gleich zu tun. Aber die Base muss ja auch umso sicherer werden. Deswegen sollen wir damit gar nichts sparen, Freunde. So, okay. Ich würde sagen, den Rest mache ich schnell alleine, Freunde. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben jetzt das meiste schon geschafft, Freunde. Und langsam fühle ich mich hier endlich sicher auf unserer kuscheligen Insel. Wir müssen noch hier welche hinbauen. Und ja, wir bräuchten vielleicht tatsächlich noch so ein kleines Plateau, dass wir da immer hochkommen. So, und ich würde sagen, die nächsten platzieren wir hier, hier, hier und hier, Freunde. Und jetzt muss ich sagen, fühle ich mich echt schon ein bisschen sicher in unserer Base. Denn wir haben coole Laser hier. Jetzt füge uns noch unser kleines Plateau hier. Genau. So, dass wir immer so ein bisschen hochgucken können. Genau. So, Freunde. Ich muss sagen, das sieht jetzt schon richtig cool aus. Und wir gucken uns jetzt das Ganze nochmal von oben an. Und ja, Freunde. Ich würde sagen, der Eindruck ist nicht am Täuschen. Schaut euch das mal an. Die Base wird richtig, richtig cool. Und vielleicht sollten wir jetzt auch schon mit den Geschützen anfangen. Moment. Wir bauen mal kurz diese Spikes hier weg. Also diese spitzen Stacheln hier. Und holen uns mal kurz hier die Geschütze. Denn wir haben nämlich acht Geschütze, Freunde. Die uns helfen werden, gegen diesen Witherstorm zu kämpfen. So. Und die platzieren wir jetzt hier Stück für Stück. Und zwar würde ich sagen, einmal hier einen hin. Genau. Jetzt komm mal bitte raus hier aus deinem Versteck. Dann würde ich sagen, zwei Abstand kommt hier der nächste hin. Dann wieder zwei Abstand. So. Dann wieder zwei Abstand. So. Genau. Und. Ja, das passt jetzt doch nicht ganz. Ach, Mann. Egal. Dann machen wir erstmal so weiter. So weiter. Und. Ja. Der dritte kommt dann halt einfach hier hin, Freunde. Das ist ja, das ist ja kein Problem. Dann aktivieren wir die jetzt alle einmal. Und, Freunde. Wir müssen wieder was essen und gleich auch was trinken. Gerade bei dem Wetter ist es bei euch momentan auch so unglaublich heiß. Das ist wirklich richtig. Oh. Jetzt habe ich das weggemacht. So. Richtig warm geworden. Und da müsst ihr immer richtig viel trinken. Das dürft ihr nicht vergessen. So. Genau. Noch einmal dich aktivieren. Und dich aktivieren. So. Freunde. Und wie cool sieht unsere Base jetzt eigentlich aus. Schaut mal, Freunde. Richtig, richtig gut. Wir haben diese Geschütze hier. Wir haben diese Laser. Boah. Das sieht alles so cool aus. Und mal schauen, was wir jetzt als nächstes noch bauen werden. Denn wir haben ja noch einige Materialien, die wir unbedingt benutzen müssen. Dass wir auch wirklich eine richtig sichere Base haben. Und ich glaube, dazu gehören zum einen Kameras, Freunde. Dass wir alles immer im Blick haben. Und ich würde sagen, die platzieren wir einfach mal an die Kanten hiervon. Das heißt, einmal hierhin eine Kamera. Dann hier eine Kamera. Und, Freunde. Ich habe gar nicht mal so viel Leben. Und, Witherstorm. Hast du Angst? Du kommst hier gar nicht. Freunde. Ich muss aufpassen. Ich darf nicht so frech sein. Sonst kommt der wirklich gleich. Und ich bin auch wirklich noch nicht bereit dafür. So. Aufpassen. Jetzt kriege ich zwar ein bisschen Schaden. Wow. Das war knapp. Ich habe nur noch zwei Herzen. Es wird erstmal Zeit, was zu essen, Freunde. So. Und dann platziere ich jetzt noch ganz schnell die anderen Kameras. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde. Ich habe jetzt wirklich alle Kameras da dran platziert. Und ich würde sagen, wir schauen mal in diesem coolen Kameramonitor, ob es funktioniert hat. Und, ja. Ja. Es hat funktioniert. Aber, Freunde. Wo ist denn jetzt schon wieder der Witherstorm hin? Boah, Freunde. Das gibt mir gar kein gutes Gefühl, wenn ich den nicht sehe. Vielleicht ist er unter uns oder sowas. Moment mal. Wir können ja hier. Boah. Nicht erschrecken, Freunde. Das war nur ein Prank. Ich habe doch hier so eine Minecraft-Barriere hingebaut. Ein unsichtbarer Block. Aber jetzt müssen wir auch wieder hochkommen. Puh. Das wird ziemlich anstrengend. Unser Baum ist ja auch gewachsen. Das heißt, als nächstes bauen wir uns mal ganz kurz unser kleines Bettchen hier hin. Dass wir sehen, dass was abgeht. Dass wir auch heute Nacht schön entspannt schlafen können. Und da haben wir doch auch so einen passenden Alarmknopf. Perfekt. Und den Alarmknopf platziere ich jetzt einfach mal hier hin. Das heißt, wenn irgendwie der Witherstorm nachts kommen sollte, haben wir hier solche Melder, die uns dann sagen, dass der Witherstorm hier ist und bereit ist zu kämpfen. So. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch richtig coole Eisengitter. Die müssen wir auch noch platzieren, Freunde. Das ist nochmal so ein extra Schutz, wenn wir die hier dran platzieren. So. Dann ist das alles nochmal von hinten ein bisschen besser gesichert. Die Laser. Die platzieren wir alle hier hin. Und hier hoch kommen wir ja ohnehin immer noch. Das heißt, wir haben unsere Laser geschützt, dass sie nicht so leicht kaputt gehen. Und wir können weiterhin auf dieses kleine Plateau gehen. Und so, einmal kurz hier wieder abbauen. So. Perfekt. 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 Einmal alles hier lockerflockig hin platzieren. Das sieht doch schon mal richtig gut aus, Freunde. Und wir kommen immer noch entspannt hoch. Sehr gut. Das ist schon mal das Wichtigste. So. Und sehr gut, Freunde. Also, ich würde sagen, unsere Base ist schon richtig, richtig gut. Aber wir brauchen noch unsere Treppe hier nach oben. Die habe ich nämlich weggemacht, weil die sah nicht so schön aus. Die war ein bisschen hässlich. So. Und die platzieren wir jetzt einfach nochmal neu hier hin. So. Okay. Dann müssen wir hier wieder einen hinbauen. Hier. Und dann haben wir erstmal diese Treppe hier. Die soll auf Nummer sicher. So. Dass wir hier auch immer wieder nach oben kommen können. Und nach dem rechten schauen. Dann einmal hier kurz diesen Block wieder entfernen. So. Sehr gut, Freunde. Und jetzt können wir hier einfach super sicher und einfach hoch gehen. Und haben immer alles im Blick. Und Witherstorm, wo bist du? Traust du dich etwa nicht? Und was mir gerade einfällt, Freunde. Wir haben ja wirklich gar keine Waffen. Aber vielleicht gibt es da ja auch so einen Trick. Denn ich weiß noch, als ihr vorhin alle das Video geliked habt, haben wir diese Kiste bekommen mit Materialien zum Bauen. Vielleicht, wenn ihr alle jetzt in drei Sekunden den Kanal abonniert, vielleicht kommt dann eine Kiste mit Werkzeugen, also mit Waffen, die wir uns anziehen können, dass wir gegen den Witherstorm kämpfen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Also. Wenn ihr mir helfen wollt, dann lasst mal alle jetzt ein kostenloses Abo da in drei Sekunden. Also. Drei. Zwei. Eins. Und komm schon, ob jetzt hier auch so eine Kiste kommt. Null. Oh, Freunde. Schaut mal. Hier ist so eine Kiste gespawnt. Aber meine ganzen Items sind weg. Und wird es, Freunde, es wird auch langsam hier dunkel. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Aber vielleicht ist da was drin. Wow, Freunde, es hat geklappt. Danke, dass ihr alle abonniert habt. Dadurch konnte ich mir jetzt ein richtig cooles, oder kann ich mir jetzt eine richtig coole Ausrüstung zusammenstellen, gegen die wir dann kämpfen können, beziehungsweise die wir zum Kämpfen benutzen können. Und wartet mal, Freunde. Wie cool sieht diese Rüstungen hier aus? Und Moment mal, es wird echt schon dunkel. Und ich sehe den Witherstorm gar nicht mehr. Freunde, ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Vielleicht ist er irgendwie unter uns. Keine Ahnung. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben coole verschiedene Schwerter. So drei Stück. Einmal das Aquamarinsword. Okay, und Freunde, damit können wir so Wasserkugeln schießen. Das ist ja richtig, richtig cool. Dann das Sharpleafsword. Können wir damit auch irgendwas cooles machen? Jo, wir können... Freunde, mit dem können wir so Erdsachen schießen. Wie cool ist das denn? Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall die zwei Schwerter. Einmal dieses Wasserschwert und einmal dieses Erdschwert. Damit können wir nämlich coole Sachen machen. Sondern das hier kann erstmal alles weg, Freunde. So, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Dann, wo sind denn unsere anderen Sachen? Unser Essen, Freunde? Boah, nein. Jetzt wird es doch echt richtig happig. Nein, unser Essen ist weg, oder, Freunde? Glaube ich. Na ja, wir werden schon was finden. Dann haben wir hier noch coole, coole Pfeile zum Schießen mit unserem Elektro-Bow. Und noch richtig coole Waffen und auch noch ein Schutzschild, Freunde. Schaut euch das mal an. Können wir das jetzt aufsetzen? Ja, dann können wir quasi so schlagen und haben hier unser Schutzschild. Schlagen, Schutzschild. Schlagen, Schutzschild. Okay, Freunde. Also, ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir uns hinlegen. Es ist alles hier so dunkel. Ich habe ziemlich, ziemlich Angst. Aber es ist ja zum Glück noch einigermaßen hell wegen unserer Lava. Und, oh, er hört es an meiner Stimme, Freunde. Ich bin schon fix und fertig. Ich bin richtig müde. Und ich glaube, ich lege mich jetzt erstmal schlafen. Und wenn der Alarm uns wach weg, Freunde, dann wissen wir, was es heißt. Dann ist Witherstorm bereit zum Kämpfen. Aber ich würde sagen, Freunde, jetzt legen wir uns erstmal hin. Lasst uns nicht aus der Ruhe bringen. Und bis morgen früh. Freunde, ist das etwa der Alarm? Nein. Wo ist der Witherstorm? Wo bist du? Komm her. Ich sehe dich nicht. Traust du dich etwa nicht, du Weichei? Komm schon her, Witherstorm. Wartet mal, Freunde. Ich glaube, wir haben ihn entdeckt. Ach, du grüne neune, Freunde. So nah war ich noch nie am Witherstorm. Guckt euch das mal an. Wir schauen mal lieber durch die Kameras durch, dass wir alles genau sehen. Ach, du grüne neune, Freunde. Guckt ihn euch an. Er kommt immer näher und näher. Und, oh Gott, Freunde, ihr seht es ja. Er kommt wirklich immer näher. Er ist schon fast vor uns mit seinem coolen oder mit seinem krassen. Was ist das mit diesen Kreisen hier? Er berührt jetzt gleich die Base. Ach, du grüne neune. Wir müssen auf jeden Fall einen Goldapfel essen. Sonst haben wir keine Chance. Freunde, 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 Freunde. Ich gebe mein Bestes für euch, dass wir irgendwie gegen ihn gewinnen können. Aber so weit können wir auch, glaube ich, gar nicht schießen. Gleich kommt dieses komische schwarze Nebelzeug auf uns zu. Und ich weiß nicht, was dann passiert, Freunde. Wie gesagt, es tut mir leid, falls ich das nicht schaffe. Aber ich gebe mein Bestes. Dieses Monster ist einfach nicht von dieser Welt. So was hat die Minecraft-Welt noch nie gesehen. Freunde, er hat sich noch weiterentwickelt. Er ist größer geworden und größer. Und, ja, wir sind... Nein, Freunde, er berührt gleich die Base. Er berührt gleich die Base. Wir wissen alle, was das heißt. Das könnte unser Tod sein. Nimm das hier. Warte mal, wir haben noch so eine Bazooka, Freunde. Wo sind unsere Waffen? Hier. Hier sind unsere Waffen. Schnell, schnell, schnell. Alle benutzen. Wo sind sie? Oh, Freunde, er ist schon über uns. So, nimm das. Wir schießen ihn ab, Freunde. Das müsste, glaube ich, klappen, oder? Ich glaube schon, dass das klappt. Nimm das. Vielleicht auch einmal mit der Bazooka auf ihn schießen. Wobei, dann treffe ich mich gleich selber. Und nein, Freunde, wir werden überflutet. Nein, guckt es euch an. Guckt es euch an. Ich, ich, ich... Oh, nein. Guckt es euch an, Freunde. Unsere Base ist schon komplett eingedeckt mit diesem Zeug, Freunde. Ihr glaubt es nicht. Wie komisch... Die Luft hier. Ich kriege keine Luft mehr richtig zum Atmen. Moment mal. Nein. Er schießt mit dem Laser. Freunde, nein. Ich werde rangezogen. Ich werde rangezogen von ihm. Freunde, ich kann nichts machen. Ihr seht's. Ich werde rangezogen. Nein. 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 Freunde. Er zieht mich zu sich ran. Ich habe die Base verlassen. Ungewollt. Nein, Freunde. Was passiert hier? Ich, ihr seht's. Ich, ich kann ihn vielleicht angreifen. Aber nein. Freunde. Nein. 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 Er schießt mich ab. Nein, das tut weh. Schnell Goldapfel essen. Schnell den Goldapfel essen. Freunde, Hilfe. Ich werde von diesem Monster gefressen. Ich, ich schaffe es nicht. Hilf mir doch bitte. Hilf mir doch. Nein. Er lässt mich fallen, Freunde. Er lässt mich fallen. Nein. Bitte lasst mich nicht sterben, Freunde. Oh. Wo, wo bin ich denn hier gelandet? Bin ich etwa auf einem, auf einem One-Block, Freunde? Ach du, ach du grüne Neune. Schaut mal. Ich bin hier auf so einem One-Block und hier steht was. Wartet mal, Freunde. Wir, wir haben eine Aufgabe bekommen. Hier steht, baue die sicherste Base. Mutant Chrissy kommt in, in wenigen Minuten, Freunde. Und du, ach du grüne Neune. Schaut mal. Da drüben ist Chrissy von Chrissy und den Lemmingen. Und der hat so rote Augen. Der hat so ein böses Schwert. Und der hat vor allem, Freunde. Habt ihr das gesehen? So Blut überall. Und wartet mal. Hier drüben steht auch Lemming-Secret, Freunde. Die sehen auch so komisch aus. Ich glaube, heute erwarten uns Horror-Chrissy und die Lemmingen, Freunde. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Wir müssen echt richtig schnell die sicherste Base bauen. Denn anscheinend kommt Mutanten Chrissy schon in wenigen Minuten, Freunde. Okay, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ihr kennt ja das Prinzip von einem One-Block, oder? Wir haben hier diesen einen Block und wir müssen uns jetzt daraus eine Base bauen. Ich würde sagen, kommt schon, Freunde. Wir probieren es einfach mal. So, Freunde. Wir fangen jetzt direkt mal an. Wir bauen uns als erstes diesen Block hier ab. Und schaut mal, Freunde. Wir haben jetzt aus diesem Block so einen R-Block bekommen. Und der nächste Block ist eben so ein Holz-Block. Und wir müssen uns daraus jetzt Stück für Stück so eine Base bauen, Freunde. So, kommt schon, direkt den Holz-Block. Den brauchen wir auch. Ach, nicht bekommen. Der ist einfach weggeflogen. So, der ist auch weggeflogen, Alter. So, jetzt immerhin, Freunde. Schaut mal. Und dadurch bauen wir uns jetzt so eine kleine Base. So, Moment. Hier wieder so ein Holz-Block, Freunde. Kommt schon, kommt schon. Let's go. Und den können wir uns jetzt craften zu vier normalen Holz-Blöcken. So, ihr seht's. Dadurch können wir ganz schnell so eine Base bauen, Freunde. Und ich würde sagen, ich mache das gleich mal. Und wollt ihr, dass wir zu dem Lemming-Secret gehen, Freunde? Und da sind auch kleine Lemminge, Freunde. Dann lasst mal unbedingt ein Like da, wenn ihr Chrissy und die Lemminge kennt. In drei Sekunden. Drei, zwei, eins. Jetzt, Freunde. Dankeschön. Und ich baue jetzt hier ein bisschen weiter an dieser One-Block-Base weiter, Freunde. Und wenn ich ein bisschen was Neues gebaut habe, sehen wir uns gleich wieder. Denn ihr habt ja gesehen, Freunde. Hier steht's. Mutanten. Chrissy dort hinten kommt in wenigen Minuten. Deswegen sollten wir uns auf jeden Fall mal beeilen, Freunde. Und ich baue jetzt erstmal alles in Ruhe. So, weiter, Freunde. Also, bis gleich. So, Freunde. Es sind jetzt einige Minuten vergangen. Und ihr seht's. Aus diesem kleinen One-Block. Also, oh, der war's gar nicht. Aus diesem kleinen... Freunde, welcher war denn der One-Block? Ich glaube, das war der hier, Freunde. Aus diesem One-Block ist eben diese ganze Base jetzt entstanden. Aber, ich weiß nicht. Irgendwie wird das, glaube ich, nicht reichen, Freunde, gegen diesen Mutanten. Grissy. Guckt euch den mal an, Freunde. Der sieht echt ziemlich gefährlich aus. Und zwar gibt's eine Möglichkeit, wie wir ein paar coole Items bekommen. Dass wir eine viel, viel sicherer Base bekommen. Und zwar müsst ihr dafür alle mal in die Kommentare schreiben. Hashtag Grissy Ehrenmann. Und wenn ihr das gemacht habt, dann spawnt ihr so eine Kiste. Und ich würde sagen, wir machen das alle mal zusammen. 3, 2, 1, Hashtag Grissy Ehrenmann. Oh mein Gott, Freunde, schaut mal. Danke, dass ihr das alle kommentiert habt. Und jetzt ist diese coole Giste hier gespawnt. Und wir schauen mal rein. Freunde, guckt mal, was hier für krasse OP-Sachen drin sind. Damit können wir uns wirklich die sicherste One-Block-Base bauen. Aber dafür brauche ich deine Hilfe. Deswegen bleib nun unbedingt dran. Denn wir bauen uns die sicherste Base, um anschließend gegen den Mutanten Grissy dort hinten zu gewinnen. Wir gucken mal ganz kurz rein, Freunde. Wir haben hier Obsidian und einen Gem-Block. Guckt euch mal diesen Gem-Block an, Freunde. Und oha, guckt mal, was wir für eine Spitzhacke hier haben. Das ist richtig krass, Freunde. Diesen Block habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, damit können wir uns was richtig, richtig Cooles bauen. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir bauen uns jetzt erstmal hier so eine kleine Umrandung. Und das würde ich sagen, machen wir aus Obsidian. Und wir machen dann so coole Feinheiten mit diesem Gem-Block, Freunde. Der ist echt cool. Und wir können natürlich auch gleich noch... Moment, wir müssen hier einmal drumherum. Einmal komplett drumherum, bitte. So, einmal hier, Freunde. Es wird so eine kleine, aber süße Base. Wisst ihr, wie ich meine? Die wird jetzt nicht so riesig sein, aber dafür umso sicherer. Und wir können ja auch gleich mal zu dem Lemming-Secret gehen, Freunde. Aber wir bauen jetzt erstmal ein wenig die Base. Das heißt, wir machen ungefähr jetzt hier so ein paar Blöckchen hin. Und das gleiche machen wir einmal komplett bis hier rüber. So, perfekt. Bis ungefähr hier. Und dann machen wir noch so coole Feinheiten mit dem lilanen Gem-Block dran. Weil ich finde, Freunde, hatten wir jemals so eine Base mit einem lila Gem-Block? Ich glaube nicht. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal nochmal die normale Base weiterbauen. Also bis hier ungefähr. So, perfekt. Komm schon. Nimm das hier. So, okay. Also, das läuft auf jeden Fall wie geschmiert. Einmal hier noch alles entlang machen. Und dann mache ich den Rest gleich mal alleine weiter, Freunde. So, okay. Das sieht schon mal ganz cool aus. Nur noch die letzte Reihe fehlt. So, und die Aufgabe ist ja klar, Freunde. Wir haben es... Ey, geh mal weg hier, Freunde. Egal. Dann muss ich das eben gleich selber machen. Dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Wenn ich den ersten Umriss von der Base gebaut habe. Und dann gehen wir gleich mal zu dem Lemming-Secret. Oh, das wird bestimmt richtig, richtig cool, Freunde. So, Freunde. Schaut euch das jetzt mal an. Die Base hat sich echt schon krass entwickelt. Ich habe jetzt hier überall diesen lilanen Gem, also Gem-Block hingebaut. Außer hier oben müssen wir den natürlich auch noch immer platzieren. Und zwar einmal hier, hier und... Warte. Hier, Freunde. Und dann würde ich sagen, sieht das echt schon mal richtig, richtig cool aus. Findet ihr nicht? So, Moment. Hier ist noch so ein Block im Weg. So, jetzt einmal hier oben das noch hinbauen. Wieder drei Blöcke. Und jetzt haben wir es einmal komplett um die Base gemacht. Und schaut mal, Freunde. Also, damit wird die Base auf jeden Fall richtig krass. Und jetzt holen wir uns was, was wir in jeder Base platzieren. Und zwar Laser, Freunde. Oh, mein Gott. Guckt mal. Wenn wir das jetzt immer so an diese Außenposten machen. Das heißt, einmal hier hin. Dann wieder hier hin. Dann einmal hier. Und hier sieht das schon mal richtig, richtig krass aus. Findet ihr nicht? So, guckt mal, Freunde. Alter. Das sieht jetzt echt schon richtig, richtig sicher aus. Natürlich ist unsere Mitte hier noch offen. Aber da kommen jetzt auch Laser hin. Boah, Freunde. Ich glaube, so eine sichere One-Block-Base hatten wir wirklich noch nie, oder? Guckt euch das mal an. Durch diese gliedernen Gem-Blöcke sieht das auch nochmal eine Nummer krasse aus, Freunde. Oh, mein Gott. Also, das ist echt wirklich, wirklich krass. Und da vorne dran können wir natürlich jetzt auch noch verschiedene Sachen platzieren. Aber wir machen jetzt erstmal Stück für Stück die Reihe hier durch. Und was wir als nächstes machen, Freunde, ist, wir gehen jetzt zum Lemming-Secret. Ich platziere noch kurz hier die letzten Lasers. So. Und jetzt, Freunde, gehen wir zum Lemming-Secret. Boah, wird das cool. Also, also glaube ich zumindest. Wir haben auch, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ihr seht es ja. Grizzly ist immer noch dort hinten. Er ist noch nicht näher gekommen. Das müssen wir auf jeden Fall im Blick halten. Denn wenn der kommt, Freunde, wird es eng. Dann müssen wir uns ran halten. So. Okay. Und wie könnten wir das jetzt am besten machen? Soll ich das mit dem One-Bway-Block hier machen? So. Okay. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall noch ein paar Blöcke, Freunde. Ihr seht das ja. Dort ist es auf jeden Fall ein langer Weg hin. So. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir bauen uns da jetzt so einen kleinen Weg rüber. So. Vorsichtig, Synthi. Vorsichtig. Wir machen es jetzt einfach mit diesem Gem-Block. Und dort hinten. Ey, Freunde. Ich glaube, diese Lemminge, die sind ein bisschen böse. Guckt euch die mal an, ey. Moment. Egal. Wir bauen uns mal rüber. Auch wenn die halt ziemlich gemein sind. So ein Lemming-Secret. Ich weiß nicht. Was denkt ihr könnte denn... Da ist eine Kiste. Freunde. Was denkt ihr könnte denn in dieser Kiste sein? Ey, Lemminge. Was schaut ihr? Denn so böse, Freunde. Das sieht mir echt ein bisschen gefährlich aus. Vielleicht sollten wir uns... Oh, Freunde. Ich glaube, wir holen uns mal ganz kurz lieber noch eine Rüstung. Auf Nummer sicher. Ich habe da irgendwie so ein komisches Bauchgefühl, dass eine Rüstung echt nicht schaden würde. Das heißt, wir ziehen uns mal die Rüstung an. Und Waffen haben wir ja noch gar nicht, Freunde. Aber immerhin eine coole Rüstung. Und die ist auch so cool lila. Und wir nehmen einfach mal dieses Schwert hier mit. Oder was heißt Schwert? Eine Axt. Freunde. Wir haben ja kein Schwert. Und dann bauen wir uns mal am besten irgendwie so hoch oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Freunde. Irgendwie sieht mir die so nicht so gerade aus, als wären die hier bereit zum Kuchen essen. Sondern als wären die irgendwie ein bisschen aggressiver. Ey, Freunde. Die drehen ja voll durch, diese Lemminge. Was sollen wir denn machen? Sollen wir die... Können wir die attackieren? Nee. Okay, Freunde. Ich glaube, wir müssen einfach auf die drauf gehen. Mal gucken, ob die böse sind. Ja, Freunde. Die sind böse. Schnell verschwindet. Oha, Freunde. Habt ihr es gesehen? Die waren böse. Die haben uns angegriffen. Aber jetzt sind... Hä? Hä? Was ist denn hier los? Freunde, da sind die nochmal gelandet. Ihr seht es auf jeden Fall. Hier steht jetzt Lemming's Secret. Aber, Freunde. Ihr seht es. Die Kiste ist abgeschlossen. Ich kann es probieren. Aber da tut sich nichts. Egal. Ich weiß, wie wir das ändern können. Und zwar. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast. Und den kostenlos jetzt abonnierst. Dann kannst du die Kiste öffnen. Also. Wenn du die Kiste öffnen willst. Dann abonnier gerne mal kostenlos den Kanal. In drei Sekunden. In drei, zwei, eins. Und jetzt. Wow. Danke, Alter. Du hast den Kanal jetzt gerade abonniert. Und deswegen hat sich jetzt dieses Schloss geöffnet. Richtig, richtig cool, Alter. Und wir öffnen mal die Kiste. Und, Freunde. Wir haben hier ein Lemming-Schwert. Schaut mal. Dort steht Lemming-Schwert. Das ist das Secret, Freunde. Oh mein Gott. Ein geheimes Lemming-Schwert, Freunde. Das ist auch so hellblau wie die Lemminge. Und das macht... Wie viel Schaden? Das macht neun Schaden, Freunde. Das ist richtig cool. Und, oh mein Gott. Freunde. Wir können damit so rumfliegen. Oder was war das gerade, Freunde? Habt ihr das gesehen? Ich bin hier gerade fast geflogen damit. Das kann doch nicht normal sein. Wartet mal, Freunde. Ist das irgendwie... Hä? Wir können damit einfach so Tornados schießen, Freunde. Wie krass ist das denn, Alter? Wir haben einfach das geheime Lemming-Schwert, Freunde. Wie cool. Und damit können wir jetzt unbedingt nachher gegen Chrissy kämpfen. Denn der weiß ja... Oh mein Gott. Schaut euch das mal an, Freunde. Aus diesem Lemming-Schwert kommen einfach so Tornados. Und wir können... Wir können damit sogar fliegen. Seht ihr das, Freunde? Alter. Wie cool. Das ist wirklich das coolste Schwer, das ich jemals hatte. Also. Wir bauen jetzt auf jeden Fall schnell die Base weiter, Freunde. Denn wir müssen... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ihr habt es ja gesehen. Chrissy steht direkt um die Ecke und wartet nur darauf. Deswegen würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal die Base in Ruhe weiter. Und guckt euch das an, Freunde. Mit diesem Schwert können wir nachher einfach fliegen. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bleibt unbedingt dran. Es wird sich auf jeden Fall jetzt einiges tun. So. Also. Die Base ist jetzt von außen schon mal fertig, Freunde. Schaut euch das mal an. Hier sind überall Laser. Und wartet mal, Freunde. Ist Chrissy etwa näher gekommen, Freunde? Chrissy ist doch näher gekommen. Und auf dieser Base, jetzt sehe ich es auch gerade, sind auch wieder diese Killer-Lemminge drauf, Freunde. Okay, okay, okay. Ihr merkt es. Wir dürfen uns auf jeden Fall keine Fehler mehr leisten. Der ist direkt bei uns, dieser Chrissy. Hm, okay, okay, okay. Das heißt, wir machen erstmal weiter und platzieren darauf mal ein paar Spikes. Denn diese Spikes befinden sich hier. Und das würde ich sagen, ist schon mal eine coole Idee. Wir platzieren jetzt einmal hier überall diese Spikes hin, dass er nicht von oben in unsere Base eindringen kann. Das heißt, einmal hier so vorsichtig, Synthi. Du darfst auf keinen Fall hier runterfallen. Denn ihr wisst ja, Freunde, wenn man von diesem Warm-Block hier runterfällt, ist nicht nur Chrissy da, der uns... Oh, hier steht es sogar. Hier wohnen Chrissy und die Lemminge. Ihr seht es, Freunde. Ähm, wenn man da runterfliegt, ist nicht nur Chrissy da, sondern auch das Nichts, Freunde. Man fliegt komplett ins Nichts. Und das, äh, darauf wollen wir bitte verzichten. Okay, dankeschön, dankeschön. So, als nächstes platzieren wir das Geschütz. Einmal hier, hier hoch. Und zwar hier, Freunde. Kommt jetzt einmal so ein Geschütz hin. Genau, einmal bitte aktivieren. Geschütz aktivieren. Sehr schön. Und aua, aua, aua. Freunde, das tut immer so höllisch weh, wenn ich in diese Spikes da reinfliege. Aber naja, dann kommt hier nochmal ein Geschütz hin. Na, komm schon, genau. Einmal bitte aktivieren. Geschütz, aktivier dich doch. So, jetzt aber, Freunde, ich kann das Geschütz nicht aktivieren. Au, 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 au. Ach, Freunde, das tat mir da richtig weh. Und die Sachen können wir dir auch mal bitte abbauen. Dankeschön, Freunde. Okay, also, ihr seht's. Die Base nimmt langsam so ein bisschen Gestalt an, aber es fehlt natürlich noch einiges. Wir haben bislang nur so ein paar Laser und ein paar Spikes. Das ist natürlich noch lang nicht genug, denn dafür haben wir noch ganz viele andere coole Sachen in unserer Kiste, die wir eben benutzen können. Aber erstmal müssen wir die restlichen Blöcke hier wegmachen. Sehr schön, Freunde. So, einmal alles hier weg. Sehr gut. Und was haben wir denn hier noch, was wir benutzen könnten? Freunde, wir haben natürlich diese ganzen technischen Sachen. Und die sollten wir auch benutzen. Das heißt, wir platzieren uns jetzt erstmal hier so eine kleine Sicherheitsbase. Einmal die ganzen Sachen hier platzieren. Sehr schön. Haben wir sonst noch was? Ja. Hier nochmal diesen Räucher oben. Freunde, okay. Damit sieht unsere Base echt schon ein bisschen krasser aus. Aber mich stört hier noch so ein bisschen, dass hier nur so Erde auf dem Boden ist. Egal. Das kriegen wir auch noch hin. Wie wäre es denn, wenn wir noch Kameras platzieren, Freunde? Und sollten wir gleich mal rüberfliegen? Ey, Chrissy, na? Alles gut bei dir? Nein, 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 Freunde. Ich fliege wieder zurück. Wir wissen ja nicht, wie lange man damit fliegen kann. Stellen wir vor, wir fliegen da rüber und dann fliegen wir ins Nichts. Aber ihr seht ihn, Freunde. Vielleicht können wir ihn ja abschießen damit. Wir probieren es mal. Wir können mal so ein Tornado schießen. Vielleicht treffen wir ihn. Komm schon. Nimm das. Und, Freunde. Okay. Ihr merkt, das reicht auf gar keinen Fall. Deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, um zwar so Kameras zu platzieren. Das heißt, einmal hier Kameras und dann hier drüben auch wieder Kameras. So. Perfekt, Freunde. Okay. Also, das sieht alles in allem jetzt schon mal richtig cool aus. Aber, Freunde. Da kommt noch ein großes Aber. Uns fehlen noch ein paar Dinge. Und die bereite ich jetzt erstmal vor. So, Freunde. Ihr seht's. Ich habe jetzt einmal komplett den Boden hier ausgetauscht mit so Quarz. Und damit, finde ich, sieht das echt schon viel, viel cooler aus. Und wenn ihr rausguckt, denkt ihr, oh, Sinti, da ist ja gar nichts. Aber, oh, dachtet ihr, ich wollte euch wieder pranken, ne? Das habe ich doch schon ein paar Mal gemacht. Und zwar habe ich jetzt hier so Barriereblöcke platziert, dass wir uns jetzt hier so einen Lava-Graben bauen können. Freunde. Schaut euch das mal an. Wir können quasi jetzt hier jetzt Lava platzieren. Und wir haben nämlich zum Glück ein paar Lava-Eimer in unserem Inventor. Und zwar nicht gerade wenig, Freunde. Kommt schon. Wir holen uns mal ganz viele von diesen Lava-Eimern hier runter. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, Freunde. So. Und die werden wir jetzt alle hier platzieren. Guckt euch das mal an, Freunde. Dadurch sieht unsere Base echt wirklich, wirklich krass aus, Freunde. So. Also einmal hier komplett Lava-Eimer platzieren. Bitte. Dankeschön. So. Dann einmal hier noch einen Lava-Eimer platzieren. Und das Gleiche mache ich jetzt einmal komplett um die Base, Freunde. Und dann ist die Base, glaube ich, wirklich auf einer Skala von 1 bis 10 eine dicke 20. Liebe Grüße an Gawin, der das auch immer schreibt. So. Also erstmal alle Eimer hier reinlegen, Freunde. So. Und das Gleiche machen wir hier jetzt auch. Einmal hier komplett alles voll mit Lava machen, Freunde. Und ich würde sagen, das kann ja ein bisschen dauern. Das mache ich dann gleich in Ruhe weiter. Aber was ich jetzt noch mache, ist, dass die Kameras verbinden. Das heißt, einmal hier bitte auf Verbinden klicken. Und hier auch. Und jetzt seht ihr, Freunde. Wenn ich hier auf die 1 drücke, kann ich quasi den Chrissy beobachten. Und, Freunde, schaut euch den mal genauer an. Hier ist auf jeden Fall noch diese Lemminge-Armee. Hier ist der Chrissy, Freunde. Was hat der denn für ein krasses Schwert? Und hier ist sein Haus. Hier wohnen Chrissy und die Lemminge. Also, Freunde, ihr seht's. Das ist auf jeden Fall nicht zu spaßen mit. Ich platziere jetzt noch einmal hier die restlichen, ja, von diesen Lava-Blöcken. Einmal hier komplett drumherum. Hier noch ein bisschen, Freunde. Dann kommt hier noch ein paar Lava-Blöcke hin. Also nicht Blöcke, aber so ein bisschen Lava-Eimer. So. Und den Rest mache ich eben kurz alleine, Freunde. Denn das dauert. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde. Also hier ist jetzt wirklich überall Lava. Ihr seht's. Das ist wirklich auch heiß hier. Hier schmilzt ja schon. Alter, warte mal. Freunde, wartet mal ganz kurz. Warum ist denn hier schon so ein kleiner Lemming, Alter? Freunde, wir müssen hier kurz, kurz wegfliegen. Alter. Freunde, warum ist denn hier so ein Lemming? Ich bin in der Lava gefangen. Nein, 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 Freunde. Ich bin in der Lava gefangen. Warum ist hier denn so ein Lemming? Verschwindet mal, Alter. Oh mein Gott, Freunde. Guckt euch das mal an. Die haben uns jetzt schon mal gestürmt zum Teil. Aber wie komme ich hier denn weg? Verschwindet mal hier, Lemminge. Zum Glück kann ich hier auf diesem Barriere-Block gerade kurz über ein bisschen überleben, ein bisschen chillen. Und guck mal, Freunde, boom. Ey, Freunde, haben uns die Lemminge... Oh mein Gott, nein, 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 Freunde. Die Lemminge, die Lemminge. Oh mein Gott, da ist einer. Der haut uns gleich runter. Oh mein Gott, Freunde, habt ihr es gesehen? Ich wäre gerade fast runtergeflogen. Schnell hier hoch. Schnell hier hoch. Nein, jetzt bin ich wieder in die Lava geflogen, Freunde. Aufpassen, Freunde. Die verfolgen uns wirklich die ganze Zeit. Verschwindet. Lemminge, haut mal ab hier, Freunde. Die sind voll böse geworden, diese... Oh mein Gott, Freunde, wie kriege ich die hier denn weg? Das ist noch nicht mal die richtige Grimace-Attacke. Komm, verschwindet mal, Alter. Nein, Freunde, da kommt einer. Ja, hau ab, hau ab. Ja, Freunde, okay, wichtig. Das war schon mal, das war schon mal wichtig. Aber hier sind noch viel mehr. Wie kriege ich denn die am besten weg, Freunde? Kommt schon, ich glaube, wir gehen einfach aufs Eins gegen Eins. So, nein, Freunde, er hat mich in die Lava gehauen, dieser kleine Frechdachs. Kommt schon, aua, 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 aua. So, nimm das. Freunde, ich komme hier nicht durch. Der lässt mich nicht rein, dieser Lemming. Verschwinde, Lemming. Freunde, das wird gleich ein richtig krasser Kampf gegen Chrissy, wenn die jetzt schon so böse drauf sind. So, ihr verschwindet bitte auch einmal ganz schnell. Kommt, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, Freunde, die sind schon mal in der Lava. Okay, 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 das ist gut. Kommt, verschwindet. Wie sind die überhaupt hierher gekommen, Freunde? Ich check's bis jetzt noch nicht. Und du haust bitte auch einmal ab. Let's go, komm schon. Verschwinde, Lemming. Kommt, weg mit dir, weg mit dir. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben... Haben wir alle? Nee, hier ist noch einer. Okay, wir haben, glaube ich, jetzt haben wir alle besiegt. Ich glaube schon. Ja, Freunde, okay. Dann gucken wir mal in unsere Base. Haben hier noch ein Bett. Und das platzieren wir hier einmal komplett. Okay, Freunde, ihr seht's. Die Sonne geht auch langsam unter. Ich platziere jetzt hier noch die letzten Sachen. Sowas wie zum Beispiel den Panikknopf mit dem Alarm. Also hier viermal den Alarm drücken. So, Freunde. Dann haben wir hier noch den Panikknopf. Den muss ich immer neben das Bett stellen. Ist ja klar, dass wenn ich irgendwie was höre, dass ich den Alarm auslösen kann. Und, Freunde, guckt ihn euch an. Freunde, ihr seht's. Er sieht schon so ein bisschen böse aus, dieser Chrissy. Aber egal. Ich hab mir jetzt gerade nochmal diese Nummernfelder geholt. Die hab ich hier ein bisschen platziert. Ich hab hier den Panikknopf platziert. Das seht ihr ja. Den kann ich schon mal aktivieren. Und hier noch vier Alarmblöcke. Also, wir haben auf jeden Fall einiges jetzt vor. Und ihr seht's. Die Sonne geht langsam unter. Oh Gott, was heißt langsam? Es ist schon fast dunkel. Der Mond, wo ist denn der Mond? Oh, Freunde, da hinten. Der Mond geht auf. Und es wird irgendwie immer, immer gruseliger. Hab ich sonst noch irgendwas? Wir könnten nochmal auf Nummer sicher hier ein Geschützplatz ziehen. Das heißt, wenn wirklich Lemminge wieder unsere Base stürmen sollten, hätten wir hier zumindest ein paar Geschütze. Aber ich bin jetzt auch echt müde, Freunde. Ich lege mich jetzt auf jeden, jeden Fall ins Bett. Denn ihr seht's, Freunde. Es ist dunkel. Ich mache mir das jetzt bequem. Und morgen früh steht dann der Kampf an gegen Chrissy und die Lemminge. In der Mutantenversion. Also, Freunde. Bis morgen früh. Ich bin echt ultra müde. Oh, was klingelt hier jetzt schon der Alarm so früh? Aua. Freunde, dort ist einfach Chrissy. Schaut ihn euch mal an. Er ist wirklich hierher gekommen. Die sind alle viel näher. Und der kann mich einfach durch die Wand boxen. Und hier sind auch seine kleinen Lemminge. Junge, was wollt ihr, Alter? Verschwindet mal, Freunde. Hier ist wieder so ein kleiner Lemminge. Und, aha, Freunde. Die können einfach durch die Wand an uns attackieren. Was können wir denn da jetzt machen? Ich würde sagen, als erstes holen wir uns einen von diesen Lemmingen. Guck mal, Freunde. Der lässt uns gar keine Chance. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz uns irgendwie hier hochbauen. Haben wir noch irgendwelche Blöcke? Ja, 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 ja. Freunde, wir haben noch Blöcke. Und, kommt schon. Wir bauen uns jetzt hier mal ganz kurz hoch. So. Auf diesen, au. Freunde, was ist denn selbst ein Problem, Alter? Komm. Wir gehen als erstes auf die Lemminge, Freunde. Jetzt als erstes auf die Lemminge. Kommt schon, Lemminge. Verschwindet. Boom. Und die nächsten auch. Kommt schon, Freunde. Wir holen uns die Lemminge. Verschwindet, Alter. Kommt schon, Freunde. Die Lemminge als erstes. Als erstes diese Lemminge. Runter mit euch. Ihr nervt mich. Freunde, guckt euch das mal an, Alter. Wie viel Leben haben die denn? Kommt schon, weg mit euch Lemmingen. Komm, Freunde. Wir sind hier auf jeden Fall ganz gut verschanzt. Oh, Freunde, ist der weggeflogen. Und boom, der auch. So. Okay, komm. Verschwinde. Hau ab jetzt. Okay, Freunde. Den ersten, den ersten Lemmingen. Die ersten zwei haben wir besiegt. Der hier auch einmal weg mit dir. So, Freunde. Der ist auch schon mal weg. Und wo ist Griszy, Freunde? Wir gehen mal ganz kurz ins Haus von Griszy. Und wo ist er denn, Freunde? Griszy steht noch hier. Das heißt, wir kümmern uns erst mal um diese Lemminge jetzt. Und zwar machen wir das so. Und, Freunde, wir müssen aufpassen. Hier sind überall Löcher im Boden. Nein. Dort ist Griszy. Dort ist Griszy. Dort ist Griszy. Komm, Freunde. Schnell, 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 schnell. Einmal hier weiter. Erst einmal die Lemminge vernichten. So. Danach kümmern wir uns gleich um Griszy. So. Komm, hau ab, Lemming, Alter. So, Freunde. Und guck mal, wie der runterfliegt. Ich aber auch. Nein. Schnell, Freunde. Zurückfliegen. Das war gerade richtig knapp. Ich wäre gerade fast runtergeflogen. Nimm das hier. Komm, Lemming. Hau ab jetzt. So. Okay, Freunde. Die Lemminge haben wir schon mal. Die ersten. Gibt es noch mehr hier irgendwo? Wir fliegen mal ganz kurz hier hoch und schauen. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch Lemminge. Und wo sind die denn, Freunde? Hier. Hier sind nochmal zwei Stück. Verschwinde dir zwei Lemminge. Komm, haut ab. Ja, Freunde. Dort ist Griszy, Freunde. Ich glaube, es lebt nur noch Griszy. Also, ich gehe mal davon aus. Ich glaube, es gibt hier keine Andacht mehr. Ja, 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 Freunde. Okay. Das heißt, wir stellen uns jetzt im letzten Kampf gegen Griszy, Freunde. Na, Griszy? Hast du Lust, ein blaues Wunder zu erleben? Jetzt sind es nur noch wir beide. Krieg mich doch. So, Freunde, wir fliegen erst mal aufs Hauch. So, jetzt sind wir schon mal hier oben. Na, hast du Angst, ein blaues Wunder zu erleben, Griszy? Wir holen dich gleich. Glaub mir. So, und aua, 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 Freunde. Nein, nein, nein. Der macht... Das ist blöd. Wir müssen vorne kämpfen. Hier auf der Seite ist es blöd. Da kann man echt leicht runterfallen. Ich glaube, wir kämpfen hier, Freunde. Hier gibt es jetzt den ultimativen Fight gegen Griszy. Na, Griszy? Hast du etwa... Aua, Freunde, nimm das, Alter. Komm, boom. Freunde, den haben wir uns erst mal jetzt bekommen. So, oh mein Gott, Freunde. Er fliegt echt hoch. Komm, nein. Nein, 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 Freunde. Er hat uns runtergehauen. Aber wir können zum Glück hochfliegen. Oh, Freunde, war das knapp. Aber der ist nicht schlecht. Der Griszy ist echt gut. Moment mal, Freunde. Also, jetzt holen wir ihn uns. Komm, nimm das hier, Griszy, mit deinen eigenen Waffen. Jetzt hauen wir dich runter. Kommt schon, Freunde. Der Griszy macht das... Oh, den haben wir... Nein, nein, nein. Wir sind in die Lava gefallen, Freunde. Wir sind in die Lava gefallen. Mal ganz kurz hier zur Seite fliegen. Oh mein Gott, Freunde. Okay, okay, okay. Ihr seht es, er verfolgt uns immer noch, dieser Griszy. Komm, verschwinde. Komm, jetzt. Den holen wir uns, Freunde. Jetzt ist es soweit. Jetzt kriegen wir den. Ja, Freunde. Er fliegt weg. Ich aber auch. Ich fliege auch weg, Freunde. Schnell. Oh mein Gott. Ohne dieses Schwert wären wir schon so oft gestorben, Freunde. Wir sind jetzt im Haus von Griszy erst mal gefangen. Und jetzt würde ich sagen, schlagen wir ihn einfach hier runter. Nimm das, Griszy. Ja, Freunde. Wir haben ihn besiegt. Da fliegt er ins Nichts. Oh mein Gott. Freunde, wir haben es geschafft. Oh, da ist er noch mal gelandet. Aber, Freunde, ihr seht es. Wir haben Griszy besiegt. Und haben es geschafft, gegen den Mutanten Griszy zu gewinnen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Das war echt eins der krassesten Abenteuer. Beziehungsweise die krasseste One-Block-Base, die wir jemals gemacht haben. Nein, Freunde. Mein Ding fällt ab. Nein. Jetzt falle ich auch runter. Oh mein Gott. Ich glaube, mein Wecker hat geklingelt. Wartet mal. Ich glaube, ich werde gerufen. Papa ruft mich. Was ist los? Guten Morgen, kleinen Lumi. Du musst aufstehen. Sonst kommst du zu spät zur Schule. Oh nein, Freunde. Ich muss mich beeilen. Ich habe heute meinen ersten Schultag. Und ich habe wohl verschlafen. Papa klingt gar nicht gut. Kennst du meinen Papa? Wenn ja, lass mal ein Like da. Er ist einfach der Beste. So. Ganz kurz. Ich bin übrigens der kleine Sohn aus der Lumi-Familie. Freut mich, dich kennenzulernen. Aber ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Rucksack mitnehmen. Papier und Block. So. Und Stifte. Und dann können wir in die Schule gehen. So, 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 so. Kommt schon. Wir müssen uns nach unten gehen beeilen. So. Guten Morgen, Papa. Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Na los, beeil dich. Das gibt sonst riesen Ärger von deinem Lehrer. Ja, ja. Ich beeile mich ja schon. Kein Problem. Ich muss noch kurz Zähne putzen, Freunde. So. Ja, so. Hin und her. Hin und her. Zähne putzen ist nicht schwer. So. Perfekt. Noch auf die Toilette kurz. So. Und jetzt noch ganz wichtig, Freunde. Ich muss noch mein Pausenbrot mitnehmen für die Schule. Mal gucken, was meine Mama mir gemacht hat. Es gibt zum einen Brot, es gibt ein bisschen Milch, es gibt Karotten und noch zwei Kekse, Freunde. Perfekt. So kann ich auf jeden Fall jetzt in meinen ersten Schultag gehen, in die Minecraft-Schule. Und es freut mich, dass du mit dabei bist. Und du wirst noch ganz, ganz viele andere Abenteuer kennenlernen in diesem Video. Von meiner Schwester, meiner Mama und von meinem Papa Lumi. Und ich würde sagen, bis später, Papa. Ich muss jetzt in die Schule. So. Und ich muss noch ganz kurz nach meinem kleinen Wuffi schauen. Hallo, Wuffi. Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Ich komme nachher zum Spielen vorbei. Aber ich muss jetzt erstmal in die Schule. Ich bin schon richtig spät dran. Und ich möchte nicht zu spät kommen. So, Freunde. Komm, 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 komm. Ich darf nicht zu spät kommen. Ich fahre mal mit meinem kleinen Minikater hin. So. Schnell, 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 schnell. So, Freunde. Die Schule befindet sich nämlich auch direkt hier. Und ihr seht's. So, wir parken hier noch ganz kurz. Hier sind überall kleine Luftballons. Denn heute ist der erste Schultag. Und ich kenne diese ganzen Leute auch noch gar nicht. Und ich komme einfach am ersten Schultag zu spät. Naja. Minecraft-Schule. Wir sind da. Wir öffnen mal ganz kurz die Türe. Schnell wieder zumachen. So. Und wo ist denn das Klassenzimmer? Oh mein, ist das hier etwa? Hallo? Bin ich zu spät? Ne. Oh Gott, Freunde. Das ist die Mädchentoilette gewesen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, hier vielleicht? Klasse 4a. Das bin ich, Freunde. So, wir klopfen mal. Ähm. Klopf, klopf. Und hallo, Herr Müller. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich habe verschlafen. Und dann, äh, mein Papa konnte mich auch nicht zur Schule fahren. Da musste ich selber kommen. Es tut mir leid. Ähm. Äh. Ist das alles in Ordnung? Was sagen Sie denn? Du bist zu spät. Beim nächsten Mal bekommst du Nachsitzen. Es tut mir leid, Herr Müller. Ich gehe auf den Platz und bin schon ganz schön ruhig. Und, so, ihr seht es, Freunde, ich muss mich beeilen. Und wir haben heute Kunst. Das heißt, wir müssen unsere Kunstsachen rausholen. So, den Rucksack setze ich mal kurz ab. Stift und Papier. So, hier ist mein Platz, Freunde. Und ihr müsst wissen, wenn ich Kunst habe, muss ich ganz viel malen. Und zwar gibt es ja diese coole Palette für. Die muss ich in die rechte Hand nehmen. So. Und jetzt kann ich hier einfach malen. Und das Besondere an der Minecraft-Schule ist, Freunde, das, was ich male, kommt in Real Life. Das heißt, wenn ich jetzt hier Diamanten male, dann bekomme ich Diamanten. Und wenn ihr eine Idee habt, was ihr damit machen würdet, schreibt es mal in die Kommentare. Und lass mal gerne ein Like da, wenn du auch schon in der Schule bist. Schreib mal in die Kommentare, in welche Klasse du gehst. In 3, 2, 1, jetzt. Oh, in diese Klasse also. Ich hoffe, dir macht die Schule auch Spaß. Jetzt müssen wir aber erstmal malen, Freunde. Wir befinden uns ja im Kunstunterricht. Und ich würde sagen, als erstes male ich mal einen Goldapfel. Denn dann bekomme ich extra Leben. So, also wir malen erstmal hier diesen Goldapfel. Okay. Den malen wir jetzt hier ein bisschen aus, hätte ich gesagt, Freunde. Und übrigens, ihr müsst unbedingt meinen Papa nachher noch besser kennenlernen. Der hat auch so richtig viel coole, spannende Geschichten. Und er macht bestimmt auch ein paar Abenteuer mit euch. Also bleibt unbedingt dran und schaut euch das an. So, also wir haben jetzt schon mal den Apfel gebaut. Also das ist ja gemalt, Freunde. Jetzt fehlt hier nur noch dieser kleine Zweig. Und dann haben wir schon einen OP-Goldapfel gemalt, Freunde, in Minecraft. Und im Normalfall, wenn ich das jetzt hier wegmache, so, sieht das schon mal ganz gut aus. Moment, wir müssen noch das Gemälde abschließen. Und wenn ich das jetzt an die Wand male, kommt daraus einfach ein richtiger Goldapfel. Ich würde sagen, Freunde, wir schauen mal, ob es geklappt hat. Also, wir müssen jetzt nur noch dieses Riesengemälde, was wir haben, das sieht voll klein aus. Aber wenn wir es an die Wand platzieren, ist es riesig. An die Wand platzieren. Und dann sollte eigentlich ein Goldapfel hier spawnen. Und das probieren wir. Drei, zwei, eins. Und ich möchte jetzt einen Goldapfel. Tada, Freunde. Und ihr seht, es hat geklappt. Wir konnten uns einfach einen Goldapfel nun malen. So, ich würde sagen, noch eine Sache machen wir. Hier, ich würde sagen, wir machen mal den Real-Life-Glitch. Und zwar holen wir uns jetzt hier nochmal so eine Plakette. Und da malen wir jetzt mal einen Diamanten drauf. Und dann sollten wir eigentlich auch Diamanten bekommen, Freunde. Aber das darf Herr Müller nicht mitbekommen. Das ist eigentlich verboten, sich so Diamanten zu cheaten. Deswegen machen wir das einfach mal heimlich. So, wir malen. Erst mal wieder das in die linke Hand nehmen. Und jetzt malen wir einfach mal ein paar Diamanten. So. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Ich würde sagen, drei reichen zum Anfang, Freunde. Wenn das der Papa sieht, der wird gar nicht begeistert sein, wenn ich mir Diamanten cheate. So. Dann hier den nächsten hin, oder? Sehr schön. Perfekt, Freunde. Und ich würde sagen, einen Diamanten machen wir noch. So. Und jetzt nach oben gehen. Perfekt, Freunde. Wir haben uns drei Diamanten gemalt. So. Jetzt hier noch so ein bisschen Bling-Bling. Dass man weiß, es sind Diamanten. Und wenn ich das jetzt auch wieder platziere, dann bekommen wir hoffentlich drei Diamanten. Und dann ist auch die Schule schon wieder vorbei für heute. So. Also, wir platzieren das Gemälde in drei, zwei, eins. Gib mir Diamanten. Und sieht an, Freunde. Es hat geklappt. Wir haben nun drei Diamanten. Aber das Gemälde muss ich schnell wegmachen. Das darf keiner sehen, dass ich mir hier so OP-Sachen gecheatet habe, Freunde. Schnell, schnell, schnell verstecken. Wir legen jetzt alles wieder in die Kiste rein und gehen nach Hause. Denn dann passiert was Krasses. Dann wird euch nämlich die Schwester von mir, meine kleine, süße Schwester, ein paar neue Geschichten erzählen. Ein neues Abenteuer zeigen. Und nachher, Freunde. Ihr müsst unbedingt dranbleiben, bis Papa Lumi dran ist. Der wird die krassesten Geschichten mit euch erleben. Er meinte zu mir, ihr möchtet irgendein Abenteuer mit euch machen. Naja. So. Die Sachen sind gepackt. Und wir fahren zurück nach Hause. Danke, Herr Müller, dass Sie mich nicht nachsitzen lassen haben. Es tut mir noch mal leid, dass ich zu spät gekommen bin. So, Freunde. Schule zu Ende. Und ich würde sagen, ihr lernt jetzt erstmal meine Schwester kennen. Und sagt ihr ganz, ganz liebe Grüße von mir. Hallo, Freunde. Ich bin die Tochter aus der Lumi-Familie. Und es freut mich auch, dich kennenzulernen. Wie geht's dir? Ich mache heute eine riesige Mädchen-Pool-Party. Und ich brauche deine Hilfe, das alles vorzubereiten. Möchtest du mir helfen? Ja, danke schön. Das freut mich. Ich würde sagen, dann fangen wir direkt mit der Vorbereitung an. Wir haben hier einen riesen, riesen Pool in unserem Haus. Den zeige ich euch mal ganz kurz. Oh, Wuffi ist auch wieder da. Von meinem Bruder. Das ist sein Hund. Habt ihr meinen Bruder schon kennengelernt? Ich glaube schon. Auf jeden Fall müsst ihr nachher Papa kennenlernen. Er hat immer so coole Geschichten am Start. Ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende dran. Und schaut mal. Hier möchte ich heute eine Mädchen-Pool-Party machen. Meine ganzen Freundinnen kommen. Es sind nur Mädchen erlaubt. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz in diese Kiste. Im Keller gibt es eine Kiste. Das sind Party-Utis, die wir hier in. Wir brauchen ja noch ziemlich viel. Wir brauchen einen Grill. Wir brauchen Getränke. Wir brauchen coole Stühle. So, wir gehen mal ganz kurz runter. Oh, hallo Papa. Na, alles gut? So, wir gehen hier runter. Und schauen mal in die Mädchen-Kiste, Freundin. Ja, da haben wir einige coole Sachen, Freunde. Und ich hoffe, du hilfst mir jetzt dabei, die Mädchen-Pool-Party vorzubereiten. Bis später meine ganzen Freundinnen kommen. Und ich würde sagen, das machen wir direkt mal zusammen. Denn ohne dich kann ich das gar nicht schaffen. Wir haben hier zum einen Ballons. Dass man sieht, hier ist heute eine Party, Freunde. Das heißt, wir platzieren hier überall Ballons als erstes. So, das sieht doch schon mal cool aus. Dann wissen alle Leute, hier feiert heute die Tochter aus der Lumi-Familie eine Party. So, und was können wir denn noch brauchen? Ich würde sagen, die Leute, die Gäste kommen dann alle hier rein. Das ist okay. Und dann würde ich sagen, sollen sie erstmal alle sich hier cool hinsetzen können. Das heißt, wir brauchen Liegestühle. Davon haben wir ja hier welche. Zum einen würde ich sagen, kommt mal hier ein Liegestuhl hin. Und hier. Und dann kommt hier nochmal ein Liegestuhl hin. Zwei Stück. So, Freunde. Das sieht doch schon mal richtig cool aus. So, also der Anfang ist schon mal geschafft. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier Liegestühle. Und jetzt kommen mal so die kleinen Feinheiten. Sprich, ich möchte unbedingt eine fette Arschbombe machen. Deswegen brauchen wir hier ein Sprungbrett, Freunde. Guck mal. Das könnte eine richtig coole Poolparty werden. Aber wichtig. Es sind nur Mädchen erlaubt. Und keine Jungs. Hehehe. Ich mag noch keine Jungs. So. Schaut mal. Also, Sprungbrett. Drei, zwei, eins. Und wir machen eine Arschbombe. So. Und Arschbombe. Ich kann nicht so gut schwimmen. Schnell hoch. Boah. Das war aber anstrengend. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Freunde. Die Gäste kommen gleich. Hilf mir bitte weiter. So. Wir brauchen zum einen dann coole Getränke. Eine Cola, eine Fanta, eine Sprite. So zum Beispiel. Hier kommt noch sowas hin. Und vielleicht, ich würde sagen, an die Seite kommt auch nochmal so ein Getränkehälter hin. Dann haben wir schon mal coole Getränke für die Mädchenparty. Und wichtig. Dass man sich keinen Sonnenbrand holt. Ein Sonnenschirm. So. Und da hinten kommt auch nochmal einer hin. So, Freunde. Also. Das sieht doch schon mal richtig cool aus, Freunde. Das wird einfach die Mädchenparty von mir. Der Tochter aus der Lumi-Familie. So. Was wollen wir denn noch machen? Natürlich müssen die Leute auch was essen. Es gibt lecker Pizza. Warte mal ganz kurz, Freunde. Das darf keiner sehen. So. Dann schon mal probieren. Freunde. Wie lecker schmeckt denn diese Pizza eigentlich? Mit extra viel Käse. War die gut. So. Und einen Grill. Wir brauchen auch noch einen Grill, Freunde. Papa Lumi wird nachher grillen. Papa. Du wirst ja nachher grillen, oder? Ja. Dankeschön, Lumi. So, Freunde. Kennt ihr eigentlich meinen Papa? Der macht so richtig coole Videos. Ich hoffe, viele von euch kennen den. So. Dann brauchen wir noch ein paar Sachen. Und die Poolparty ist komplett vorbereitet. So ein paar Spielblöcke hier. Dass wir noch ein bisschen spielen können. Und ein kleines Bötchen, Freunde. Und natürlich, dass wir alle cool tanzen können. Gibt es noch eine Jukebox. Zack, zack. Ich liebe es zu tanzen. Und ich würde sagen, eigentlich ist die Party vorbereitet. Und die Gäste, meine ganzen Freundinnen können kommen. Aber, Freunde. Ich würde sagen, eine Sache fehlt noch. Und zwar eine Wasserrutsche. Denn sonst macht das ja gar keinen Spaß. Wir brauchen noch eine coole Wasserrutsche, Freunde. So. Und jetzt können wir richtig cool hier reinrutschen ins Wasser. Freunde. Ich liebe es einfach. Und schnell, schnell hoch. Sonst ertrink ich ja. Wir müssen nur noch ein Schild schreiben, dass hier die Party stattfindet. Und dann kann die Party schon losgehen, Freunde. Ich würde sagen, wir platzieren das Schild hier und schreiben, hier ist die Poolparty von der Lumi-Familie. So, Freunde. Und dann können alle Gäste hier reinkommen. Und das Wichtigste ist. Oh Gott, das darf ich nicht vergessen. Nur Mädchen erlaubt. So. Keine Jungs. So, Freunde. Also, ich würde sagen, die Party kann losgehen. So, die Ballons stehen. Alles ist gut vorbereitet für die Mädchen-Poolparty, Freunde. Und schaut mal, wie cool das aussieht. Ich hoffe, ich bekomme viele Gäste. Und alle Leute sind da. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob die Gäste kommen. Freunde. Es sind jetzt zwei Stunden schon vergangen. Und es ist einfach niemand gekommen. Ich weiß auch nicht, warum kommen denn keine Gäste? Ich habe doch alles so gut vorbereitet. Es gibt Snacks, es gibt Getränke, es gibt Pizza. Aber irgendwie kommt keiner zu meiner Party, Freunde. Ach Mann, ich muss auch weinen. Mann, warum kommt denn keiner zu meiner Party? Das habe ich doch nicht verdient, Freunde. Wärst du zu meiner Party gekommen? Wenn ja, dann lass mal bitte einen Like da, dass ich weiß, dass wenigstens du zu meiner Party gekommen wärst. Ob du ein richtiger Freund von mir bist. In 3, 2, 1, jetzt. Oh, du hast das Video geliked. Das heißt, du wärst zu meiner Party gekommen. Wow, danke schön. Ich würde sagen, genug von mir. Jetzt zeige ich euch mal das Leben von der Mama aus der Lumi-Familie. So, jetzt noch den Kuchen rauchholen und die Muffins sind auch schon fertig. Und warte mal, oh, hallo, da seid ihr ja schon. Ich bin's, die Mama von der Lumi-Familie. Wie geht's dir? Hast du schon alle anderen Leute kennengelernt? Mein Sohn, meine Tochter, aber mein Papa noch nicht, oder? Den lernt ihr erst später kennen. Aber ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Ich habe gleich einen wichtigen Friseur-Termin. Da komme ich auch schon fast zu spät. Ich habe hier gerade noch lecker Kuchen gebacken. Liebst du Kuchen oder allgemein Süßigkeiten? Oh, ich liebe es. Und mein Papa, der Lumi, auch. So, ich würde sagen, wir nehmen noch ganz kurz aus dem Safe ein paar Diamanten mit. Denn ich möchte ein bisschen ein Umstyling heute. Ich denke, 10 Diamanten sollten reichen. Und ich hoffe, ey, wo gehe ich denn jetzt hier gerade hin? So, Moment mal ganz kurz. So, wir schließen die Tür noch ab. Und wie gesagt, ich möchte ein cooles Umstyling heute machen. Denn irgendwie vielleicht ein paar neue Klamotten. Vielleicht auch ein paar neue Öhrchen. Keine Ahnung, die Haare vielleicht auch. Mal schauen. Dafür nehme ich mir meinen Roller. Und, ach nein, der Sprit ist leer. Hat der Papa Lumi den etwa nicht getankt? Ich meinte, der soll den tanken. Ach man, jetzt muss ich zu Fuß gehen. Naja, dann eben so. Und wenn du auch oft zum Friseur gehst, schreib mal in die Kommentare. Ich bin so oft beim Friseur. Alle zwei Wochen. Denn das ist mein Lieblingsfriseur. Schaut ihn euch an. Hier ist der Friseur. Direkt an der Bushaltestelle. Und hier ist auch noch der Müll und eine Cola. Da hole ich mir gleich eine. So, wir gehen mal ganz kurz rein. Hallo, Herr Friseur. Oh, ich habe nicht geklingelt. Entschuldigung. Hallo, Herr Friseur. Wie geht es Ihnen? Lang nicht mehr gesehen. Darf ich mir mal kurz eine Cola hier rausnehmen? Ja, danke schön. Und was hat er denn zu sagen? Willkommen. Setzen Sie sich und lassen Sie sich überraschen. Ja, danke schön. Ich weiß schon, was ich möchte. Ich möchte einfach ein komplettes Rundumum-Styling. Und schön haben sie es hier. Die haben hier renoviert, Freunde. Schaut mal. Es sieht richtig schön aus. So, hier noch eine Cola. Hier sind die Waschbecken, wo ich mir meine Haare gleich waschen kann. Und hier sind... Oh, Freunde. Hier sind auch neue Klamotten. Hier kann man sich also wirklich komplett umstylen lassen. Richtig cool. Ich würde sagen, ich setze mich mal auf diesen coolen Friseurstuhl drauf, Freunde. Und ich bin mal gespannt, was der Friseur aus mir zaubert. Vielleicht gibt er mir einen kompletten neuen Look. Naja, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde. Endlich sind wir fertig. Das hat heute aber lange gedauert. Irgendwie fühle ich mich komisch. Wartet mal. Wir müssen mal schauen, wie es aussieht. Moment. So. Hä? Freunde. Was hat denn der Friseur mit mir gemacht? Wie sehe ich denn aus? Ich habe blaue Haare. Ich habe grüne Haare. Und ich habe Hörner und Flügel. Hey, Friseur. Was hast du denn mit mir gemacht? Du kriegst hier keinen einzigen Diamant dafür. Du hast mich komplett verunstaltet. Schau mal, Freunde. Wie ich aussehe. Ich sehe doch so schlimm aus. Ich sehe doch nicht mehr aus wie die Lumi-Mama. Oh, Mann. Das geht ja zurück. Wenn ich das dem Papa sage, der wird sich ja erschrecken, wenn der mich so sieht. Schnell, Freunde. Nee, 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 nee. Ich muss wieder nach Hause. Ich muss mir einen anderen Friseur suchen. Oh, mein Gott. Guckt mal, wie ich aussehe. Ich habe einen Rock. Ich habe blaue. Ich habe noch einen blauen Irokesenschnitt. Schaut mal auf meinen Haaren. Da ist so eine blaue Spitze. Und hinten dran ist alles grün. Nee, 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 Freunde. Da muss ich mir jetzt irgendwas überlegen. Schnell, schnell, schnell. Ich muss ins Bad meine Haare waschen oder irgendwas. Naja, Freunde. Ich muss mir irgendwas überlegen. Ich würde sagen, ihr lernt jetzt erstmal den Papa Lumi kennen, währenddessen ich hier ein ganz, ganz anderes Problem beseitigen muss, Freunde. Ich sehe fürchterlich aus. Hallo, Freunde. Ich bin Papa Lumi. Und ich hoffe, ihr kennt mich. Und ich zeige dir heute den größten Freizeitpark in Minecraft. Und dafür müssen wir aber noch unser Lunchpaket machen. Und zwar haben wir ein bisschen was dabei. Wir haben ein bisschen Brot, Steaks, Kuchen, bisschen Wasser und so weiter. Und dann gehen wir gleich in den größten Freizeitpark in Minecraft. Und wenn du Freizeitparks magst, lass mal ein Like da für mich, Freunde. Und wenn du mich kennst, natürlich auch. So. Wir gehen mal raus. Meine Kinder und meine Frau sind schon vorgegangen. So, Freunde. Und hier ist mein super cooles Auto. Das ist ein Lamborghini. Leider nicht in meiner Lieblingsfarbe blau. Aber ich finde, er sieht trotzdem cool aus, Freunde. Ich würde sagen, wir fahren jetzt gemeinsam zum Freizeitpark. So. Dafür steigen wir erstmal in den Lamborghini ein. So. Und. So. Jetzt bin ich drin. Nein, ich möchte nicht auf den Beifahrer sitzen. So, Freunde. Das sieht doch schon mal richtig cool aus. Lamborghini. Ich würde sagen, auf los geht's los. Und wir fahren Richtung Freizeitpark, Freunde. Let's go. Freizeitpark. Wir kommen. So, Freunde. Der ist echt ein bisschen schnell. So, den muss man abbremsen. So. In die Bremse treten. Und nein, nein, nein. Ich muss noch wenden, Freunde. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach direkt, wenn wir am Freizeitpark angekommen sind. Jetzt müssen wir erstmal schnell dahin fahren. So, Freunde. Wir befinden uns nun im Freizeitpark. Und schaut euch das mal an. Hier leuchtet alles. Hier klimpert alles. Wie cool sieht das denn aus? Und wenn du Achterbahnen liebst, dann schreibst du mal in die Kommentare. Ich würde sagen, wir testen direkt die erste Achterbahn hier. Die sieht doch ziemlich cool aus. Oder? Ich würde sagen, die probieren wir, Freunde. Wir müssen dazu erstmal den Eingang finden. Hey, wo ist denn der Eingang? Aber die sieht auch ganz cool aus. Wartet mal, Freunde. Ich glaube, wir probieren die als erstes. Okay. Wir setzen uns auf den Knopf. Äh, nicht auf den Knopf. In das Minecart natürlich. Ich bin aber auch ein Tollpatsch manchmal. Drücken den Knopf. Und es geht los. Oh mein Gott, Freunde. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Oh mein Gott. Wo fahren wir denn hier? Wir hin? Wir fahren in eine Höhle. Jetzt geht es wieder nach oben. Schaut euch das mal an. Ich liebe Achterbahnfahren. Komm schon. Komm schon. Bisschen schneller wäre schon nicht verkehrt. Oh Gott, Freunde. Schaut mal, wo wir sind. Wir sind im tiefsten in einer tiefen Höhle. Mitten in Minecraft. In einem Freizeitpark. Komm schon. Jetzt möchte ich hier hochgehen. Ein bisschen unheimlich ist das ja schon hier alles. Komm schon. Ich liebe Achterbahn. Wow, ist das gerade anstrengend. Oh Gott, mir ist ein wenig schwindelig, Freunde. Mir ist ein wenig schwindelig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon. Komm schon. Schnell wieder hoch. Ich glaube, diese Achterbahn ist nicht für Noobs, Freunde. Die können nur Bros fahren. Es geht wieder hoch. Komm schon. Komm. Wow, Freunde. Ist das spannend. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und jetzt geht es nach oben. Und wow. Ich glaube, wir haben es geschafft, Freunde. Das gibt auf jeden Fall von mir eine 10 von 10. Du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, was du dieser Achterbahn für eine Bewertung geben würdest. Ich fand die richtig cool, Freunde. Okay. Wir haben jetzt schon mal eine Achterbahn getestet. Was gibt es denn noch so in Freizeitparks? Ich würde sagen, ich als Papa Lumi liebe auch Wasserrutschen. Und ich glaube, dort hinten gibt es eine richtig krasse Wasserrutsche. So. Waterpark, Freunde. Okay. Ich würde sagen, wir fangen mit der Kleinen an. Und danach machen wir diese XXL Wasserrutsche. Ich mag es ja nicht, wenn ich so nass werde. Aber naja. Für euch mache ich das. Ich hoffe, ihr mögt das auch. Und wartet mal. So. Hier müssten doch wahrscheinlich Boote drin sein, oder? Ja, Freunde. Wir nehmen uns mal ein paar Bötchen mit. So. 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 Und ich gehe liebend gern mit meinen Kindern in den Freizeitpark. Aber die sind gerade im Kinderbereich. Und ich möchte euch ja die richtig krassen Achterbahnen zeigen und Wasserrutschen. So. Wir gehen rein. Boot gesetzt. Und wartet. So. Hey. Das Boot platziert sich nicht. Boot. Du musst dich irgendwie platzieren. Wo ist es denn jetzt hin? Hey, Freunde. Wir haben das Boot verloren. Warum kann dann das Boot mal nicht hier platzieren? Hallo. Jetzt aber. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Da fahre ich für mich ja fast weg. So. Jetzt, Freunde. Geht es los. Wow. Alter. Ist das schnell gewesen. Oh mein Gott. Aber ich würde sagen, wir sind nun alle bereit für die XXL-Wasserrutsche dort oben, Freunde. Da müssen wir erstmal dieses hohe Stückchen hier hochlaufen. Komm schon. Komm schon. Ich möchte jetzt die Wasserrutsche betreten. Ja, Freunde. Hier soll es richtig abgehen. Wer als letztes oben ist, ist ein Loser. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Noch eins nach oben, Freunde. Wir gehen auf die richtige Pro-Wasserrutsche. Und die befindet sich hier. Ihr seht's. Oh mein Gott, Freunde. Da ist auch ein Feuerring. Ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, die zu fahren. Soll ich's machen? Okay. Weil du sagst, dass ich das machen soll, mach ich das. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mir war so heiß. Wasserrutsche noch probieren. Wasserrutsche noch probieren. Komm schon. Weil du's bist. Probieren wir noch diese Wasserrutsche. So. Wo ist denn hier der Start? Ich glaube, wir müssen da noch eins nach oben gehen. Ich glaube, hier befindet sich der Start, oder? Oh ja. Wir setzen unser Bootchen hin. Und auf. Los geht's los. Freunde. Wasserrutschen. Das ist eine richtig schnelle. Hier muss ich ja auch so lenken. Komm schon. Wasserrutsche. Das ist richtig spaßig, Freunde. So, es hat sich wieder richtig gelohnt, in den Freizeitpark zu gehen. So, 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 so. Und das ist einfach wirklich der größte Freizeitpark in Minecraft. So. Und jetzt geht's hier rein. Das ist ja eine richtige Schnellstrecke. Ich fühle mich ja wie in einem Wettrennen. Komm schon. Komm schon. Hat jemand die Zeit gestoppt, wie lange ich brauche? Komm. Jetzt noch hier die Kurve schnell nehmen. Und jetzt geht's, glaube ich, ins Planschbecken. Und. Yay, Freunde. Das sieht super aus. Das hat doch mega geklappt. Und ich würde sagen, wenn du die Lumi-Familie magst, würde mich das mega freuen, wenn du den Kanal kostenlos abonnieren würdest. Das würde mich mega unterstützen. Mach's gut. Und tschüss.